so da sind wir zurück wir wollen das letzte stück dieser map noch aufdecken das können wir uns jetzt auch noch nachdem wir schon level 30 sind und auf 21 runter gestuft werden was ein bisschen scheiße ist hallo hallo ich kenne mein glück ich falle da runter wir machen das ganz anders wir werden raumgleiter dahin fliegen da sind wir da wollen wir hin und in diese richtung na 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 bleib mal hier oben doch mal 287.000 Leben Das ist ein Weltboss Oh Oha Oha Moment mal Heißt das, ich kann überall anders noch mehr Was? Nö, oder? Habe ich jetzt immer nur ein Teil aufgedeckt? Das wäre mies Zu ihren Diensten Mein Gott Ja, hier kann ich noch was aufdecken, genau Hier hinten Nein, und hier Wo muss man sowieso jetzt eigentlich hin? Zur Gronkschlucht Äh Hä? Zur Gronkschlucht Wo ist die denn? Ich weiß es einfach nicht Wir fliegen jetzt mal dort hin Wir fliegen jetzt mal dort hin Nee, hier ist alles aufgedeckt Ich fliege zu weit Da ist Korinth Außenposten Hier ist die Gronkschlucht Ja, ich fliege gerade Eindeutig zu weit Hier haben wir auch alles aufgedeckt Scheißverdammter Mist noch eins Wir sind zu weit geflogen Wir sind zu weit geflogen Wir sind jetzt so geflogen Korinth Außenposten, Imperiale Außenposten, da ist die Ruckel bestätigt. Korinth Außenposten, genau, hier geht es dann weiter, da müssen wir hin, oh, 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 oh. So, das war dieser dämische Kackdroide, oder? Ja, von dem wollen wir nix. Wir wollen dort hin. Zeitag. Die letzte Atemzug der Republik. Ne, das sind die Jedis. Wir wollen in die Richtung. Ähm, ich muss da runter. Ähm, ja, nur... Wo komm ich hier hin? Ähm... Loll, komm ich hier runter? Hä? Ich will dahinter und nicht da runter. Nein, ich will... Hä, was mach ich denn? Ich brauch jetzt mal ganz kurz die Map. Das ist ja hier... Ich muss doch da runter und dann hoch. Äh... Wisst ihr was? No risk, no fun. Ich versuch jetzt einfach mal was. Es klappt. Es klappt einfach. Es hat einfach geklappt. Es hat einfach geklappt. Dein Mund. Aber warum sind hier auf dem Gelände Monster? Wenn das äh... Die Imperial müssten die doch instant töten. Ich verlauf mich in... Die dauernde... Leck mich. Ich muss nach da oben. Gibt es hier irgendwo einen Fahrstuhl? Gibt es hier irgendwo einen Fahrstuhl? Ich muss jetzt gucken, wo ich hier hinkomme. Ja, Aufzug, da muss ich hin. Ja, Aufzug! 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 Yeah, Aufzug! Ja, Aufzug! Da ist ein Datacron! Schon gut. Seid nicht so grob? Oh, fuck. Moment. Hä? Ich hab... Fick dich, Spiel! Das werde ich wohl mit Darko zusammen machen müssen. Ich will jetzt aber trotzdem noch zu der Innenstelle hoch. Wie komme ich da am besten hin? Wie komme ich da hoch? Ich folge jetzt einfach mal dem Weg. Weil der wird mir ja angegeben. Ich... Und das ist hier hinten. Nice! Wer hätte es gedacht? Gegner! Ah! Ich muss das erste Mal nach da. Lange mein Gegner, wow, ich liebe es. Ich muss das erste Mal nach. Ich muss das erste Mal nach. Ich weiß jetzt nicht, welche Quest das genau ist, die ich hier mache. Ich muss das erste Mal nach. 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 Ach, aber der... Ja, warum nicht? Hä? Ja, hier. Ich bin noch hier. Ähm. 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 Ach, hier unten ist das... Och, komm schon! Wenn er ihn zerstört, werden wir alle sterben! Ich möchte einen Namen hören. Na los! Mein Name ist Min. Mein Dorf wurde im Krieg zerstört. Die wenigen von uns, die überlebt haben, fanden hier eine Zuflucht. Bitte, wir gehören nicht zum Widerstand. Wir haben niemandem etwas getan. Wir haben nur eine Unterkunft gebraucht, da wir sonst nirgends hingehen können. Selbst wenn ihr nicht zum Widerstand gehört, so habt ihr von ihm profitiert. Ja, sie haben uns geholfen und wenn schon. Seit wann ist nächsten Leben ein Verbrechen? Ich flehe euch an. Ohne Energie können wir nicht überleben und wir können nirgendwo sonst hin. Könnt ihr den Generator nicht intakt lassen? Tretet zur Seite, wenn ihr nicht zusammen mit ihm vernichtet werden wollt. Ah! Was sollen wir jetzt noch machen? Das war alles. Die Interessen des Imperiums machen dank eurer Hilfe deutliche Fortschritte. Guten Tag. Das ist eine Lowbob-Geschichte, ne? 306 Rüstung. So, dann wollen wir mal hier raus, würde ich sagen. Installiere einen Datenschift im Gas-Chrom-Dallingsbums. Installiere... Ja, dann nutzen wir jetzt einfach mal das Gerät und wir sehen uns in der nächsten Folge. Durchshake! Jetzt kommt. Wir kennen... Wir kennen jetzt weiter. Ja! Super! Bis zum nächsten Mal.